Danke Carsten Wettberg für all das, was Sie für 1860 gemacht haben und das war sehr, sehr, sehr viel. Die bewundernswerte, selbstlose Leidenschaft, wie Sie sich einsetzen für Ex-Spieler, die Hilfe brauchen, ist einzigartig. Viele Löwentrainer kamen und gingen, aber der König von Giesing, der Kulttrainer Carsten Wettberg, der wird immer in den Herzen der Löwenfans sein. Danke Carsten Wettberg, dass Sie die Seele des Fußballs beschützen, die durch das zu viele Geld beschädigt wird. Herzlichsten Glückwunsch, lieber Carsten Wettberg, zu Ihrem 75. Geburtstag. Endlich sind mal alle Löwenfans einer Meinung. Darum kämpfen wir wie Löwen, jedes Mal von Spiel zu Spiel. Die Fans in unserer Kurve sind die besten Fans der Welt. Sie sind treu wie gute Freunde, für die nur 60 zählt. 60 ist unser Leben, 60 unser Verein. Wir halten immer zusammen, so wird es immer sein. Über uns der Himmel ist weiß und blau, weiß blau, wir unsere Farben, TSV. Weiß blau, wir unsere Rauten, unser Sprach. Weiß blau, wir unsere Rauten, unser Sprach. Okay. Weiß blau, wir unsere Rauten.